Leute, es ist wieder an der Zeit. Eine Insel auf Minecraft, Leute. Schaut euch das mal an. Es ist ein Dschungelbiom, eine Rieseninsel. Ist es nur ein Dschungelbiom? Nein, hier gibt es noch viel, viel, viel mehr Sachen, Leute. Wir haben eine komplette neue Insel rausgepackt, Leute. Und zwar, es ist das Comeback der YouTuber-Insel. Die Regeln sind wie folgt, Leute. Es ist PvP erlaubt. Es ist Clown erlaubt. Es sind die OGs am Start, die ihr gleich sehen werdet. Und, meine Freunde, man darf nur eine Stunde pro Tag spielen. Deswegen, Leute, hämmert das Ganze raus. Begebt die News. Schreibt, postet aufs TikTok oder sonstiges. Die YouTuber-Insel ist zurück. Und viel Spaß mit dem Video. Wir fangen jetzt direkt an. Ganz genau, meine Freunde. Wir sind zurück hier auf der YouTuber-Insel mit den ganzen Polebaggern. Ihr Leute, Sue, Rustic, Blackjack, Stani, F1, Himmelskrieger, Flauschi, einfach kleine Schmutz, Macht ist am Start und Candy. Was geht ab? Seid ihr ready für eine neue YouTuber-Insel, meine Freunde? Wenn ihr auch ready seid, lasst ein Like oder Abo da und let's go! Drei, zwei, eins, Action! Let's go, Leute. Let's go, Leute! Ich muss mir ein bisschen weiterverfolgen, weil ich denke, mit ihm wäre es am schlauesten. In guten alten Zeiten! Was geht, Bro? Geh weg von hier! Ich mach uns ein Schwert, ich mach uns ein Schwert. Blackie, ich glaub, die wollen ein bisschen aggressiv spielen, die zwei da hinten, ja? Nee, wir wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden. Nein! Junge, was ist denn labert, Bro? Ich hab mich verbaut. Alles gut, alles gut, Freunde. Ich mach hier meine Sachen. Hier, 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 hier. Ich hab Working Band, ich hab Working Band. Hier, hier, nimm, 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 nimm. Nimm, nimm, nimm. Was denn? Jo, ey, zieh mal ab hier, hallo. Junge, warum seid ihr genau bei uns? Geht mal woanders hin. Ey! Ja, da will ich auch ganz schnell weggehen. Ja, da will ich auch ganz schnell weggehen. Hallo, da will ich einflaschen. Hallo, darf ich bei euch mitmachen? Ja, wir equippen uns gerade erst mal ein bisschen. Jungs, okay, ich mach mit. Hallo, bitte hier. Was geht? Was hast du denn vor? Was hast du denn vor? Holzschwert treffen, oder was? Nee, ich guck mal gerade. Ah, ah, mir. Ja, bitte. Ich will dir vertrauen, mein Freund. Alles gut, Bro. Ja, Vertrauen, Scootkontrolle ist besser. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Seht ihr eigentlich den Fortschritt, den ich erzielt habe? Steinzeit. Okay, doch, doch, doch. Okay, alles gut. Ja, ich merke schon gerade, passieren Sachen, die gar nicht gewollt sind. Aber ich lasse euch mal jetzt kurz. Alter, das ist ein bisschen komisch hier. Ich kann halt echt nicht einschätzen, Armin, ne? Ob du... War was, war es, war es? Nee, alles gut, Bro. Alles gut. Ja, mach's gut, ne? Tschüss. Hau rein. Ey, Bro, die ist klar, es gibt viel weniger Dias und sowas normal. Ja, ja, deswegen. Und die Insel ist begrenzt, das heißt, wir müssen Vollgas geben. Ja, Mann. Leute, vielleicht... Guck mal, wir haben es noch nicht mal besprochen, irgendwann. Im Witzkrieger! Jürgen, let's go. So. Ey, vielleicht machen wir sogar ne... Sollen wir ne neue Gruppierung irgendwie machen? Ja, safe call. Soll ich ein Steinschwert machen? Äh, ja, mach mal. Ich mach zwei Pickaxes. Ich hab ne Pickaxe schon. Mach ne Axt oder so eine. Ah, shit, ich hab zwei. Egal. Da haben wir ein Ersatzding. Okay, okay. Das Ding ist, wir wissen halt, Stani will save die Netherrealm. Ja, ja, das Problem ist, es wird leider hier wieder voll zu Dings kommen. Zu Ärger. Es gibt so hart Streitigkeiten. Ich weiß jetzt, Bro. Ich weiß jetzt. Ja, Bro? Guck mal, wer uns zuhört. So laut. Hey, Junge, Junge, das ist die erste Folge. Warum werden wir jetzt von dir abgehört? Hä? Ich bin doch hier auch direkt am Anfang am... Junge, Junge, wie's hier losgeht. Guck mal, wir wollen doch friedlich zusammen Minecraft spielen. Ja, friedlich. Aber das Ding ist, ich hör doch schon gerade, wie ihr Stress machen wollt, Junge. Was für Stress? Wir wissen, was mir hier abgeht. Ihr redet doch gerade darüber, wie wir angreifen und Holzschwert und Eisenschwert. Nein, bla, bla, bla. Komm mit. Okay. Hey, A, wir brauchen Essen, Essen, Essen. Essen, 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 was als nächstes ansteht hier. Okay. Ah, nein, ich brauch Steine ein bisschen. Warte, ich brauch ein bisschen Steine. Ich hab sechs, wenn du brauchst. Ja, pass, pass, pass. Ich hab hier. Leute, und zwar, wie ihr mitbekommen habt, wir dürfen... Also, ihr habt es gar nicht mitbekommen. Wir dürfen die Insel nicht mehr verlassen, Freunde. Und es wird an der Zeit, dass wir wieder uns mit Erwive zusammentun. Wir werden uns zusammen... Ja, nicht die Himmelskrieger, aber Leute, wir sind ja verbunden als Himmelskrieger. Und demnach werden wir zusammenarbeiten, Leute. Erwive ist der Einzige, dem ich hier wirklich zu 100% vertraue, Leute. Wir haben zusammen einen eigenen Bunker gehabt. Wir hatten alles zusammen geteilt. Den traue ich. Technischer Fortschritt? Ey, vielleicht ist auch irgendwo ein Schiff hier oder so. Oder so ein kaputtes Portal. Oh mein Gott. Lass mal gucken. Bro, das Ding ist, die Insel ist halt groß, glaube ich. Beim letzten Mal war die YouTuber-Insel ja gar nicht so krass groß. Die war eigentlich klein. Aber jetzt soll sie deutlich größer sein. Ja, das hab ich auch mitbekommen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen umgucken. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Eisen. Ja, ja, müssen wir. Nee. Nee, ist nix. Was hat denn Max? Oh, der hat Steinzeit auch mal erreicht. Bro, das letzte Mal, wo ich mit Max in Minecraft irgendwas gemacht habe, hat er mich hops genommen. Bei Minecraft Stadt. Oha. Stimmt. Weißt du noch, wie wir da gegen alle, ja, wir haben doch gegen alle gefeitet. Ja, er wird's wiederkriegen. Ja, die haben uns Minecraft Stadt kaputt gemacht. Du warst der Einzige, der die ganze Zeit dabei war. Ja, ich war kein 31er, wie die. Ja, ja, das sehen wir noch. Das Ding ist, ich hab auch schon einen endkrassen Plan, was wir bauen können. Aber ich will's noch nicht jetzt in der ersten Folge sagen. Oh, nee, nee, nee. Ich hab auch schon... Aber auch wie wir uns nennen können und so, Bro. Es wird geisteskrank. Weißt du, was wir machen müssen? Was denn, was denn? Dadurch, dass es hier regnet, vielleicht auch mit so einem Dreizack, wenn wir einen kriegen können, wäre geil. Ja, ich... Warte mal ab, warte mal ab. Ich will's noch nicht spoilern, aber ich hab einen überkranken Plan. Leute, ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig hyped. Seid ihr auch gehypt? Dass wir jetzt wieder die YouTuber-Insel wiederberufen haben. Okay, ey, Seward Monsterjäger, der muss irgendwo in der Höhle drin sein. Ja, okay, okay. Stimmt, stimmt. Der muss irgendwo in der Höhle drin sein. Ist das Tag. Ey, ich hab... Na gut, wie viel Holz hast denn du jetzt? Du hast echt gut Holz gefarmt, ne? Äh, fast zwei Stacks, ja. Okay. Ich mach uns ein bisschen Holzkohle, ja? Das wären wir gleich, wenn wir in den Dungeon reinkommen. Ja, ja, mach mal. Leute, und zwar mein Plan... Also unser Plan ist natürlich, wir müssen jetzt irgendwie an Eisen rankommen, ja? Wir müssen uns ein bisschen Rüstung machen und wir müssen darauf eingestellt sein, dass die anderen Jungs uns da auf jeden Fall Ärger machen. Und wenn wir das aber schaffen, andere Jungs, die sich jetzt ein bisschen was gefarmt haben, wenn wir denen dann ein bisschen was klauen können, wäre halt richtig nice. Das wäre Big Baba Bubu wichtig, ja? Und ich denke mal, Weif und ich sind beide stark genug, dass wir uns ein bisschen hier mit den Leuten anlegen können. Aber wir brauchen halt unbedingt Essen, ne? Da fehlt leider kein Weg dran vorbei. Wir brauchen Essen. Okay, wir haben Holzkohle, das ist schon mal gut. So, dann machen wir mal hier. Hier hast du schon mal ein paar Fackeln. Jo, danke, danke, geil. So, wir müssen uns aber auf jeden Fall ein Essen ranmachen jetzt. So, ich lege die Fackel auf die zweite Hand, dann leuchte ich mir gut aus. Ja, ich glaube, wir haben hier was. Was? Oder? Oh, Höhle? Nee, 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 hier ist nichts. Ah, verdammt. Okay, okay, shit. Ey, Bro, wir brauchen eh jetzt erstmal Essen. Hier ist eine Höhle, aber... Nee. Hier ist nur Kopper. Okay, lass erst mal hoch. Ey, Bro, ich glaube am schlauesten, dass wir uns kurz aufteilen. Ja, ja, lass uns aufteilen, ein bisschen was suchen, jeder. Und dann Privatnachricht schreibe ich dir. Okay, wir sehen uns, Bro. Oh, ey, aber wir halten zusammen, okay? Ja, 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 sowieso. Ich wette, das wird schon krachen in den nächsten Tagen. Wir müssen zusammen. Das wird richtig ausrasten. Okay, hau rein, Bro. Okay, hau rein. Warte, wir gehen, wir gehen... Das haben wir in der YouTube-Winsel 1 auch gemacht. Seht ihr? Schön auf Fisch gehen. Okay, wir haben die ersten zwei Fische. Da hinten sind noch ein paar Fische, Leute. Ich werde jetzt ein bisschen Essen farmen, Freunde. Okay. So, wir gehen hier, das. Da haben wir kurz zweimal Stück Fisch. Ja, wir müssen da warten, Leute. Ich kann das auch nicht hier reinlassen. Nicht, dass ich hier von irgendjemand angegriffen werde. Wir haben hier ein paar Fische, Freunde. Die können wir uns jetzt snacken. Das ist halt das Gute, Leute. Wenn wir direkt am Meer dran sind... Nice, Leute. Wir haben uns jetzt gut was an Fischen geholt. Jetzt müssen wir vielleicht ein paar Tiere dort suchen. Wir dürfen aber nicht übertreiben mit den Tieren, Leute. Aus dem einfachen Grund, dass dann... ...dass dann noch Tiere übrig sind. Wir warten, bis der Fisch fertig ist, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Freunde. Wie ihr seht, wir haben acht Fische jetzt hier. Oh, die hole ich mir noch ganz kurz mit. Die hole ich mir noch mit, Leute. Die paar Fische hier. Die Fischi-Lines. Da haben wir nochmal... Oh, rein. Ah, da, Leute. Guck mal. Die sind ein bisschen gesunken hier. Aber nicht schlimm. Da ist noch einer. Okay. Wir haben uns nochmal vier Stück dazugeholt, Leute. Die können wir dann gleich braten, wenn der Fisch hier ein bisschen leerer wird. Aber jetzt heißt es, wir müssen irgendwie nach einer Nahrungsquelle suchen, ja. Wir sehen können, Leute. Wir werden auch noch ein bisschen hier beobachten. Also, ich würde gerne einmal hier drum herum gehen. Ich habe die Befürchtung bzw. das Gefühl, dass vielleicht irgendwo hier so ein schöner Portal ist. Das wäre so richtig super duper nice. Aber bisher sind hier nur... Oh, oh, Eisen, 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 Eisen. Sehr gut. Das sieht nach Wasser aus, Freunde. Das sieht nach Wasser aus. Und es wird sich auch langsam dunkel hier. Wir machen uns ein Eisenschwert. Let's go. Wir haben nun ein Eisenschwert, Freunde. Damit können wir die Leute einen gut Ärger machen. Wir werden natürlich aber erstmal hier ein bisschen Dings abbauen. So, okay. Wir haben das hier gut abgebaut. Candy hat Metall. Okay, Candy hat auch... Und Alpha-Stand hat auch ein Eisenschwert. Candy hat zu viel Eisen im Blut. Okay, Freunde. Die müssen irgendwo unterhalb sein. Aber was ist nicht schlimm. Weil wir können uns hier schön lecker Essensvorräte machen. Okay, Freunde. Oh, oh. Hier müssen wir aufpassen. Hier müssen wir sogar sehr aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Oh, das ist die Insel, Leute. Die sieht aber echt schön aus, ne? Hier sieht es sehr schön aus. Oh Gott, Leute. Hier gibt es echt komische Wege, ne? Hier gibt es echt komische Wege. Und wir müssen uns dann gleich auch mit der Weife wieder treffen, Leute. Es wird auch langsam dunkel. Vielleicht lohnt es sich, irgendwo einen Höhleneingang reinzugehen. Okay, wir gucken mal, Leute. Okay, das ist die Mitte hier. Also hier sehr schönes Gebirge, Landschaft. Ist das ein Höhleneingang hier? Könnte das ein Höhleneingang hier sein? Okay, wir gucken uns das hier kurz an. Ne. Sieht aus wie was ganz Normales. Okay, Leute. Nur so ein Loch in dem Berg. Nichts Besonderes. Aber guck mal, Leute. Guck mal, wie riesig die Berge hier sind, ne? Holy Macaroni. Und da oben ist noch ein Eingang. Also wir müssen uns auch irgendeine kleine Base irgendwo suchen. Wir brauchen irgendwas, wo man sich ein bisschen verstecken kann. Damit wir uns da gut machen. Wir brauchen auf jeden Fall auch einen geheime Chest. Das muss auch noch rankommen. Der geheime Chest. Damit wir hier wirklich den Jungs, dass die Jungs uns nicht beklauen können. Weil klauen ist erlaubt, Leute. Ihr wisst, wie die YouTube-Insel war. Man durft klauen. Man durft PvP machen. Also es kann jederzeit gefährlich sein. Ich weiß nicht, wem ich hier trauen kann. Hier gibt es nur ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Okay, gut zu wissen. Wir haben Free Fackeln wiederbekommen von irgendwem. Dann mache ich da einfach auch so mein Fackelgeld, Leute. Dann mache ich einfach mein Fackelgeld so. Das passt ja auch. Okay, das haben wir dann wieder hier hoch wahrscheinlich. Weil sonst kommt man hier nicht gut hoch. So, ein paar Steine muss ich mir sowieso mitnehmen. So, wir holen uns alles mit. Oh, da ist Juh, Leute. Da ist Juh. Was macht der? Wollen wir ihn erschrecken, Leute? Aber wir können uns mit ihm vielleicht erst mal verbinden. Oh, Juh. Habe ich deine geile Kiste gefunden, die du machen wolltest? Du redest nicht mit mir. Ach, ich bin gemutet. Bro. Lukas hat auch gerade meinen Plan kaputt gemacht. Bro, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Weif wurde von Eiferstein. Bro. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der erste Kill. Oh mein Gott, der erste Kill wurde gemacht. Hey, Juh. Wollen wir uns für den ersten Tag zusammensetzen? Und für den ersten Tag? Sollen wir Eifersteinen attackieren oder was? Ich will Eifersteinen haben. Bro, okay, dann lass mich hier ganz kurz meine Ressource ready machen. Komm mit, komm mit, komm mit. Guck mal, was ich schon habe. Da hast du wahrscheinlich auch schon. Habe ich auch schon, Bro. Ich wollte eigentlich Eiferstein in eine Falle locken. Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Ich kann mir vorstellen, dass das hier gerade gehen wird. Schau mir, schau mir, der ist hier. Der muss hier sein, der muss hier sein. Ja, der ist hier auch, Bro. Der ist hier. Ich habe mit ihm die ganze Zeit geredet. Was wollte er ja? Er ist dort, Bro. Pass auf. Wo? Was? Freunde. Was? Alfie. Lass das. Wir haben mich im besten YouTuber-Hinterso fertig gemacht. Jetzt ist es vorbei für euch. Was hast du denn vor, Alfie? Armin, gib mir alle deine Eintems. Armin, versuch es nicht. Lass weg von mir. Warte noch nicht. Warte, lass mich kurz ausrüsten. Armin. Lass mich mit dir, Alfie. Komm her, komm her. Lass mich zurück, Verschneid. Zwie zieh ich zurück. Hast du etwa gerade Lukas getötet, oder was? Du ekelhafter. Nein. Bro, ich habe halt nicht so viel Loot. Ich kann mich nicht hinterherren. Bleib steh. Ich habe genug, ich habe genug. Also, ich habe keinen Heal, ne? Kannst du mir da was stoppen? Ja, hier, stopp, stopp. Hier. Oh, er haut ab. Er haut ab. Ja, komm. Alfie, mach's gut, Junge. Verzieh dich, Alfie. Dein Schild hilft dir nicht gegen die Axt. Komm her. Ja, komm her. Komm. Alfie, sieh zu, dass du Land gewinnst. Erzähl mir, warum hast du gerade Lukas attackiert? Sei mal ehrlich, der Arme hat mir sogar mein Eisen zurückgebracht. Jetzt muss ich doch so oder so. Guck mal, jetzt stehe ich doch in deiner Schuze, oder nicht? Ich habe mein Eislaufe. Bro, willst du wirklich mit uns fighten, oder was? Nein. Nein. Nein, Leute, er hat mich bekommen. Oh, Leute, okay, es reicht. Alfastein hat das... Er hat eine bessere Ausrüstung. Und der Ekelhafte ist dann gekommen, als ich mir das Schild gemacht habe. Er wird jetzt dafür so leiden, Leute. Das ist unsere erste Mission. Alfastein komplett wieder von der YouTuber-Insel runterzuhauen. Wir laufen schnell zurück. Die haben gerade... Die waren weg und haben Metall gebrannt. Und ich habe all den im Metall geklaut. Einmal aus Spaß wollt gucken, wer... Dann gehe ich zurück, sagt hier, war nur Spaß. Gib alles wieder. Auf einmal sagt Alfastein, was war das damals auf der YouTuber-Insel? Ja, ja. Und schlägt mich einfach hoch. Ja, gleich auch hier. Gleich auch hier. Warte, meine Leiche müsste da hinten irgendwo noch sein. Ich habe mit Siu zusammengelegt. Ja, hier. Fängt es doch gleich an, hier. Hier schon? Digga, wir sind beim Spawn, Bro. Wir sind komplett anders. Nein, ich bin ein gutes Stück gelaufen. Ich fahre jetzt weiter. Bro, ich sweate jetzt rein. Mir egal. Ich kille den jetzt noch. Ja, ja. Wir müssen Siu schreiben. Ist Siu noch am fighten, Freunde? Ist er gegen... Nein, habe extra da gelassen. Und Alfie gesagt, lass uns dort schnell treffen. Was? Kannst du Koordinaten geben? Also Lukas und ich wurden beide von ihm einzeln killt. Lukas hinterrücksichtig. Er ist eigentlich auch wieder abgehauen und wollte wiederkommen, Leute. Aber okay. Alfastein will Krieg haben. Den kann er gerne haben. Den Krieg, den hat er angefangen, Leute. Merkt euch das. Merkt euch das. Nicht, wenn ihr wieder ein Video macht. Ich verlasse die YouTuber-Insel. Nicht mit uns. Okay, Freunde. Wie wir sehen können, Siu hat mir Koordinaten gegeben. Minus 89, 300 irgendwas. Das heißt, wir müssen nur hier so vorbeifahren. Guck mal, ich glaube, hier ist Eisen gewesen. Siu! Boah, Ehrenmann, Alter. Du bist muted. Bro, ich wollte... Nee, ich bin nicht gemutet. Okay, okay. Ehrenmann, Digga. Ich wollte das zubauen, aber es geht halt nicht. Man kann trotzdem durchsehen. Bro, Alfie ist nur wirklich entkommen mit 1, 2 HP oder so. Ah, warte, mein Eisenschwert ist weg, leider. Das Ding ist, ich habe wieder zu passiv gespielt, weil ich mir dachte, okay, der wird schon keine Scheiße machen. Und dann hat er dich plötzlich attackiert. Ja, ich habe mir ein Schild gebaut währenddessen. Ich habe mir gerade ein Schild gebaut. Oh Mann, ey. Hast du noch ein bisschen Fleisch? Nee, der hat mich gelootet. Ach, er hat dich sogar gelootet? Ja, er hat meinen Fisch und mein Eisenschwert... Ja, mein Eisenschwert hat er auch noch mitgeholt. Aber ist okay. Ach so. Das heißt, er hat die Kiste eben aufmachen können, oder wie? Ich glaube schon, oder? Man kann die Kisten von anderen Leuten aufmachen, oder? Weiß ich nicht, Bro. Also eigentlich schon safe, aber ganz komisch. Ach, warte, warte, warte. Das Ding ist, du hast dich doch kaputt gehauen, oder nicht? Nee, jetzt habe ich einfach nur gelootet. Ja, das meine ich ja. So, warte mal. Ich brauche noch Holz. Hast du gerade Holz? Drei Stück oder so? Ah, warte, hier, hier, hier. Kein abbauen. Oh, warte. Ich habe Eisen gefunden. Ah, ich glaube hier, oder? Nee, jetzt hat jemand abgebaut. Boah, Leute, da kommen die ersten Monster raus. Was ein Start, Leute. Holprig, holprig. Sehr, sehr holprig. Okay. So. Nee, leider wurde das, glaube ich, gerade von irgendjemandem abgebaut. Äh, Armir. Yo. Ich habe die Schnauze voll. Ich dachte, direkt in der ersten Folge vertragen sich alle, aber nix davon. Man muss ja wirklich hier direkt try-harden. Ja, und genau deswegen habe ich mich mit der Weif schon direkt zusammengeschossen, weil wir wussten, dass sowas passieren wird. Ja, ich dachte, alle wieder friedlich, alle friedlich vorher Eier gucken, aber nix da. Nicht, wenn Alpha-Clan irgendwie wieder eine Chance hat, da Ärger zu machen. Ich gucke mal, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe noch 27 Minuten und 20 Sekunden. Wie viel Zeit hast du? Ja, 26 Minuten, 47. Ja, 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 ja. Jetzt wieder ein bisschen Zeitvergang nach dem los. So. Warte mal, hier ist vielleicht eine Höhle. Obwohl, nee, das ist alles mit Wasser. Aber warte mal, ich habe Türen. Oder hier. Türen? Okay, danke dir. Da können wir uns unter Wasser doch immer was hinbauen. Ja, safe, 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 safe. Oh, hier ist auch noch ein bisschen Kohle. Ich würde noch mal ein bisschen Kohle mitnehmen, wenn es okay ist. Ja, ja, mach, 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 mach. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier Eisen finden. Ich habe eine Riesenhöhle gefunden gehabt, ne? Ich bin da rausgegangen. Wenn du willst, können wir da noch hingehen. Da können wir bestimmt noch Eisen finden. Ich bin mir sicher, dass wir da Eisen finden. Ja, das Problem ist nur, ich brauche Essen. Ja, Essen wäre gut. Sollen wir Fische farmen gleich? Ja, ich glaube, ich gehe das auch immer. Habe ich eben auch gemacht. Was? Bro, ich dachte schon Dreizackmonster. Aber das Dreizackmonster würde uns so viel Hits drücken. Das wäre schon gefährlich, wenn er jetzt schon spawnen würde. Ja, ja, wäre so. Möchtest du mir mal kurz dein Gebäude zeigen? Okay, ich gehe ein bisschen weiter, Kunzio. Okay, Leute, die tun sich auf jeden Fall zusammen. Aber gute Information. Russik und Stani sind zusammen. Okay. Russik und Stani sind schon mal zusammen. Oh, jetzt habe ich mein Brot hinten vergessen, ne? Ja, egal. Leute, egal. Brot brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay, also Russik und Stani sind zusammen. Max tendiert dorthin, Leute. Alphastein, aber ist auch irgendwie mit Russik. Heißt das, haben wir da wieder ein neues Bündnis, oder was? Mal ganz kurz hier meine Frage. Da hinten war ja noch dieses, wer da links war. So, Leute, okay. Wir müssen uns hier ein bisschen erkunden, Alter. Hm. Also ich muss auf jeden Fall noch... Das ist ein Enderman. Das ist nicht gut. Leute, mit dem können wir uns auch nicht anlegen. Wir gucken, ob da im Ofen noch was gelassen wurde. Immer gut, wenn was im Ofen gelassen wurde. Aber nein, natürlich nicht. Tut mir leid, Enderman. Ich tue dir nichts. Ich tue dir nichts, Enderman. Leute, im Dschungelbion könnte man sich auch eine gute Basis bauen, Leute. Aber das ist so, was wir jetzt erstmal haben. Wir haben hier gut was an Ärger gehabt. Wir hatten gut was an RP gehabt. Wir hatten leider auch einen Fight, den wir verloren haben. Und er weifelt es wieder am Kommen. Oh Gott, Leute. Das ist ein echter Monster. Das ist ein Monster. Der Zombie hat mich gesehen. Das ist schon mal gut. Der soll ruhig hinkommen. Der soll ruhig hinkommen, Freunde. Zombie, komm. Komm, mein Freund. Komm. Komm. Okay, den haben wir erwischt. Wir haben wieder ein bisschen was am Fleisch. Ja gut, haben eh Hunger-Effekt, Leute. Dann schluckt mich das auch nicht mehr. Okay, warte mal. Vielleicht finden wir in der Küste irgendwas, wo wir das gut mit kombinieren können, Leute. Oh, warte mal. Wollen wir es schaffen, hier einen Eingang zu machen? Können wir eine kleine geime Base machen? Erstmal ein bisschen Luft nehmen hier. Hey, hier ist also so ein Wasserzugang, Leute. All right, all right. Hier ist ein Wasserzugang. Wartet mal. Wenn wir jetzt hier hingehen, Luft. So, jetzt können wir hier das abmachen. Und können wir jetzt hier durchgehen. Ah, verdammt, Leute. Okay, nee, das passt. Das wird leider nicht passen. Also, ich wollte mir so wieder so ein Unter-der-Insel-Dings machen. Okay, sehr gut, Leute. Okay. Ah, es wird wieder Tag, Freunde. Sehr wichtig. Es wird wieder Tag. Oh, mein Gott. Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Wir müssen hier so vorbeischwimmen. Wir müssen hier so vorbeischwimmen, Freunde. Bringt nix. Das ist zu gefährlich gerade hier. Sehr gut. Wir haben Knochen und Pfeil. Okay, Leute. Aber hier, Dschungelbiom auch immer nicht so nice wegen Monstern. Was wir aber machen können ist, einmal so hochgehen und so einen kompletten Baum abbauen. Da haben wir gut Holz. Oh, oh, oh. Nein. Ja, natürlich. Okay, den haben wir weg. Wir haben jetzt Melonen. Nice, wir haben Melonen, Freunde. Melonen wichtig. Okay, wir werden jetzt ein bisschen weiter hier erkunden. Oh, Leute. Wir haben gerade Erweif noch mal kurz getroffen gehabt. Wir haben uns so kurz erschreckt. Ich werde jetzt, also er wird rein komplett rein sweaten, Freunde. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich was ein bisschen zu, ja, auch versuchen, eine Höhle zu finden. Ich würde an der Stelle aber sagen, Leute, das war eine gute erste Folge. Es gibt vielleicht noch ein bisschen was auf Craftmeer zu sehen, Leute. Checkt da gerne den Channel ab. Ich würde sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Die YouTuber-Insel ist wieder zurück, meine Freunde. Wir feiten uns wieder an dem Weg an die Spitze. Kostet es, was es wolle. Leute, wie gesagt, Like, Abo da lassen. Und schreibt mal gerne in die Kommentare ein, wie sollen Erweif und ich uns jetzt wieder denn, Leute. Der Himmelskrieger ist von der YouTube-Insel 1 gewesen. Wie, was wollen wir hier machen? Ich bin gespannt. Bleibt dran. Tschö, bitte. Euer Amja.